Herzlich Willkommen mal wieder zu einer Runde Minecraft Ender Games und das haben wir ewig nicht mehr gespielt, deshalb mache ich das mal wieder mit dem Schinken-Kit. Und ja, ich finde Schinken ist schon ein ganz cooles Kit. Ich habe auch nur Techniker und Schinken. Allerdings ist Techniker ja relativ schlecht gemacht worden. Nice. Vergiftung, Speed und Dears. Ja, ich nehme direkt mal einen Baum. Wir haben 8 Eisen, dann mache ich mir erstmal eine Chestplate, bevor wir hier irgendetwas anderes machen. Ja, da brauchen wir den Schinken nicht. Wir haben hier, glaube ich, eh Kalt. Doch, wir haben Hunger. Oh lol, das war knapp. Aber hier ist es bei Labimod auch mega praktisch, dass wir jetzt einfach sehen. Äh, bitte, was sehen wir denn? Ja, was hatte der eigentlich für einen Kit? Äh, Kit vom Kampf gegen... Äh, Känguru. Ah, warum ist der nicht gesprungen? Ist aber voll viel Damage gemacht. Egal, ähm. Ne, aber das ist hier bei Labimod ganz praktisch, weil da kann man das ja so einstellen, dass man sieht, wann man wieder Hunger kriegt. Und das ist beim Schinken-Kit auf jeden Fall mega cool. Nehmen wir mal den hier und... Und ungeheuer. Alles klar. Ich bin mal raus. Ich bin raus. Äh, ich bin raus. Ich kann mir nochmal Regeneration. Kommt der hinterher? Ne, gut. So, dann gucke ich jetzt mal, was ich jetzt alles so bekommen habe. Äh, leider keine Schuhe. Aber egal. So, Essen brauchen wir ja eigentlich gar nicht. Außer meinen Schinken natürlich. Äh, da haben wir ihn. Zack. Die ganzen alten Schwerter kommen hier weg. Speed haben wir noch eine Weile. So, so, was da oben drin... Äh. Oh, noch ein paar Erfahrungsmenschen. Loll. Da kam, glaube ich, gerade einer von hinten, oder? Egal. Jetzt kommt keiner mehr von hinten auf jeden Fall gerade so. Oh, nice, Dears. Und Eisen. Ah, ich nehme mal alles mit. Mhm, das kommt weg. Acht Dears haben wir. Nice. Vier Eisen, sechs Eisen. Das ist das, als ob das bei dem Texturepick so komisch aussehen würde. Ist der Ongocher? Ja. Falls ja, dann hat er einen ziemlich schlechten Bogen. Ah, nice. Doch, der war ungeheuer. Nice, cool. Also für ihn war es nicht besonders cool, weil er einen mega schlechten Bogen hatte. Elf, Dears und... Ja, dann machen wir uns safe eine Chessplate. Bitte nicht porten, bitte nicht porten, danke. Und dann sind wir auch schon wieder fertig. Nicht schinken, schinken, schinken. Da. Und da vorne sehe ich schon wieder einen. Den Schinken hätte ich nicht nehmen sollen. Ah, ah, ah. Alles klar. Das ist jetzt hier schon zur Finale. Nein! Halbes Herz! Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Tschüss! 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 Vielen Dank.